Und denkt, er kann damit alle Monster übersehen, außer die drei, die hat er nicht geschafft. Sorry Musik! Man merkt einfach sofort, dass es eine Koloration ist, wenn die Musik geil ist. So, dann kann ich noch schönes Essen. So, dann bin ich da. Very kind of you. This is for my fellow Hunter! This is for my fellow Hunters! Here comes the pain! Give it all you've got! No more Mr. Nagikon! I'm on it! Entschuldigung! Ich bin bei dir wieder von einem User-Oil. Aber hier kommt jetzt wieder ein Schaden rein. Dann merkt man, der hat mehr Leben. 200 Schaden... Hm... ... ... ... Das war's für heute. Ich brauche das. Ich bin mal gespannt was für ein Kostüm man dann hier, dann wahrscheinlich wieder irgendein Sonic Kostüm. Ich muss hier so ein bisschen, gut, es gibt nur zwei Dinge, woran mich in der Garguga erinnern könnte. An Shadow, The Hatcher. Oder so, auch so, wegen Schatten und die Questies, irgendwas mit Shady. Fangen wir ab, fangen wir ab. Ist aber noch wütend. Ja, das ist gut so. So, gefangen. Oder was mit, oh, Werwolf Sonic, weil da gab's mal ein Teil, wo Sonic sich in den Werwolf verwandelt. Oh, okay. Ja, das sehen wir ja gleich. Das stimmt. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut.